Musik Ich weiß, ihr könnt mich nicht sehen, aber ich bin der Disney-Opa und ich stehe noch immer vor der Spencer-Halle oder vor der ehemaligen Spencer-Halle und es geht hier gleich los. In knapp einer Stunde wird hier präsentiert, was uns im nächsten Jahr erwartet. Also, bleibt dran! Ah, sind schon alle da? Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Heidepark zu dem ersten Halloween-Tag. Guten Abend! Merke schon, die Stimmung, die hat noch eine Steigerungsfähigkeit nach oben und ich kann euch versprechen und Ihnen versprechen, dass wir das sicherlich heute erreichen werden, denn ich habe heute die, ja, bitte was? Noch lauter? Besser? 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 Die Senioren etwas in die Mitte. Herzlich willkommen noch einmal hier im Heidepark, ja, meine Heimat der fantastischen Heidepark-Welden, finden sich hier zusammen Trans-Sybanien, Wild Wild West, Bucht der Piraten und das Land der Vergessenen, richtig, Vergessenen. Und heute Abend darf ich mit voller Stolz das Herzstück präsentieren. Diese fantastische Halle birgt nicht nur Geheimnisse, sondern ist gleichzeitig auch mein geheimnisvolles Lager, wo sich Schätze, Trophäen und Andenken befinden, die ich von vielen, vielen Abenteuerreisen mitgebracht habe. Und heute, speziell zu Halloween, darf ich Ihnen mit Stolz präsentieren meine mysteriöse Geisterfalle. Ja, und diese Geisterfalle, die kann ich leider nicht hinausbringen und ich kann auch nicht leider alle hineinbringen. Deswegen werden wir nun heute ganz speziell für euch und für Sie einen kleinen Blick über mein Kamerasicherheitssystem in meine Halle wagen. Und dazu möchte ich erst einmal bitten, die Technik, steht die Leitung schon? Steht die Leitung? Unser Kamerasystem? Ach, da oben. Wir locken uns ein. Sehr schön. Passwort? Ach, wir sind drin. Und dort wartet sicherlich auch schon mein Team. Unser Vorarbeiter. Da ist er. Guten Abend. Mein Ort, alle Ihre Schätze der letzten Abenteuerreise sind adäquat archiviert, sodass nichts mehr passieren kann. Voll. Weiter rein. Hey! Hallo? Hallo? Was ist denn schon wieder los? Können Sie nicht aufpassen? Hey, mach doch mal! Hey, hallo? Was war denn das? Hallo? Was weiß ich, nur so ein komisches Ding, was aufgegangen ist. Ein komisches Ding? Wie sah es denn aus? Ja, wie ist so eine alte Truhe? Eine Truhe? Moment, eine Truhe. Das wird doch nicht, das wird doch... Meine Geisterfalle! Geisterfalle? Ja. Hey! Hey! Jungs! Das sieht hier nicht gut aus. Was ist das? Was? Kommen Sie denn raus? Kommen Sie denn raus? Kommt raus! Schnell! Schnell! Nee! Moment! Da müssen Profis ran! Freunde! Da gibt es noch eine Möglichkeit! Go! 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 Get in here! Go! Go! Bastards! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, danke schön. Ja, ja, ja. Ja Leute, ihr habt es gehört. 2017 sind die Ghostbusters hier im Heidepark. Also bis dahin. Das war's für heute.